Ist etwa deine Zähne, die so klappern? Geduld. Hab noch ein kleines bisschen Geduld. Noch etwas Geduld, bitte. Bis du endlich die Action kriegst, die du verdient hast. Sie haben sich ganz viel Zeit gelassen. Komm schneller, als du denkst. Ich werde zu alt für diesen Scheiße. Der Action Donnerstag. Donnerstag ab 20.15 Uhr auf Tele 5.